April im Gefühlschaos Ist irgendwie komisch, euch zwei hier auf einem Haufen zu sehen. Spann dich. Seither wollte ich noch zehn andere küssen. Es ist möglich, dass man zwei Menschen gleichzeitig mag. Ich finde, man sollte immer ehrlich bleiben. Für wen wird sie sich entscheiden? Aber was willst du? Chasing Live im Disney Channel Chasing Live im Disney Channel